Hallo und herzlich Willkommen zum Online-Vortrag Erfolgreiches E-Commerce-Wachstum durch innovative Pricing- und Marketing-Strategien. Mein Name ist Christian Detlefs und ich bin Team Lead für das Team Marketing Intelligence und Technology bei SCALE. SCALE ist der B2B-Service von About You, mit dem wir anderen Online-Händlern eine effiziente E-Commerce-Plattform zur Verfügung stellen. Im heutigen Vortrag werde ich mich darauf beziehen, wie wir bei About You, aber auch bei unseren E-Commerce-Kunden in den letzten Monaten den Fokus immer mehr auf Profitabilität gelegt haben, welche Stellschrauben wir hier gefunden haben und welche Strategien es gibt, diese erfolgreich umzusetzen. Warum das Thema Profitabilität? Relativ klar ist, dass sich in den letzten drei Jahren das Thema Profitabilität immer stärker herauskristallisiert hat als ein Fokusthema. Das heißt, Unternehmen haben immer stärker den Fokus auf Profitabilität und weg von Umsatzsteigerung oder Marktanteilswachstum gelegt. Das ist relativ klar, warum das so ist. Die Kundennachfrage ist gesunken bzw. das Marktumfeld ist schwieriger geworden, Inflationsraten sind gestiegen, wodurch das Thema stärker in den Vordergrund gerückt ist. Wenn man sich das Thema Profitabilität anschaut, dann kann man das natürlich strukturiert entlang der P&L sich anschauen, also schauen, welche Elemente sorgen dafür, dass ich profitabel wirtschaften kann und welche Treiber finde ich hier eventuell dich beeinflussen kann. Das Ganze angefangen beim Thema Umsatz bzw. Marketing, also der Fragestellung, welchen Traffic möchte ich überhaupt in meinen Online-Shop bekommen und welches Budget soll ich dafür aufbringen, um genau den richtigen Traffic zu bekommen. Dann gefolgt mit dem Thema Produktkosten, also der Fragestellung, wie bepreise ich meine Produkte, welche Kosten verursachen letztlich die Produkte, die ich bei mir im Shop habe und verkaufe. Und dann nachgelagert verschiedene andere Kostenelemente, angefangen beim Thema der Versandkosten, sowohl im Hin- als auch im Rückversand, also der Fragestellung, sollte ich Versandkosten einführen oder eben nicht, wie sollten diese aussehen. Das Thema Marketingkosten, die Fragestellung, wie sollte ich meine Marketingbudgets verteilen, wie ermittle ich überhaupt eine sinnvolle Verteilung der Budgets. Und dann am Ende auch das Thema Administration, also wie habe ich ein sinnvolles Setup in meinem Unternehmen und wie kann ich die Admin-Kosten möglichst effizient verteilen bzw. meine Ressourcen effizient einsetzen. Auf drei Themen wollen wir uns in diesem Vortrag fokussieren. Das eine ist das Thema Marge, wo die ersten Themen Umsatz bzw. Promotions reinfallen, dann das Thema der Fulfillment-Kosten und im dritten das Thema der Marketingkosten. Angefangen mit dem ersten Thema, also der Marge, hier die Fragestellung, wie sollte ich Promotions effizient und gut in meinem Shop implementieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Promotions festzulegen. Wir glauben daran, dass produktbezogene Promotions der sinnvollste Weg hierfür sind. Was bedeutet das? Das heißt, ich definiere pro Produkt oder Produktkategorie, welche Höhe bestimmte Promotions haben sollen, also wie viele Rabatte ich gebe. Warum sollte ich das tun? Ich habe da deutlich mehr Flexibilität und kann die Rabatte besser steuern bzw. den Abverkauf meiner Produkte besser steuern, letztlich eben halt auch die Margen besser kontrollieren. Im Gegensatz dazu fixe Promotions, man kennt es, 20% auf alles. Eine Option, die viele Online-Händler wählen, die aus unserer Sicht aber nicht optimal ist, weil ich da eben deutlich weniger Möglichkeiten habe einzugreifen und selber zu steuern. Wenn wir uns das Ganze mal an ein paar Beispielen angucken, dann macht es Sinn, sich drei verschiedene Dimensionen hier anzuschauen. Die erste der Dimensionen ist das Thema der Marge, wo ich Produkte habe, die einfach eine sehr hohe Marge haben und andere Produkte, die eine geringere Marge haben. Dann das zweite Thema, die Stocklevel, also wie viel Inventar habe ich in meinen Leger noch vorhanden von bestimmten Produkten und im dritten das Thema, wie schnell, wie groß ist die Nachfrage, wie schnell drehen diese Produkte, also ist das ein Topseller oder sind das eher langsam drehende Produkte. Wenn man sich diese drei Dimensionen zusammen anschaut, kann man verschiedene Cluster bilden. Wenn wir uns auf der linken Seite hier einmal ein Beispiel anschauen, also ein Produkt, was eine sehr hohe Marge hat, gleichzeitig aber auch noch sehr viel in meinen Legern vorhanden ist und gleichzeitig aber eine relativ geringe Nachfrage von Kunden hat, also nicht als Topseller gilt. Dann empfehlen wir hier zunächst mal mit zwei verschiedenen Rabattierungen zu gehen, also eine Doppelrabattstrategie anzugehen, das heißt zweifache Streichpreise anzusetzen. Man sieht das hier oben in dem Beispiel, in dem Bild ganz gut. Wir würden hier davon oder dazu warten, zum einen einen fixen, länger laufenden Rabatt, wie in dem Fall hier die 10 Prozent festzulegen und dann für eine bestimmte Kampagne zum Beispiel einen Extra-Rabatt, der dann deutlich höher ist, festzulegen. Das hat zum Vorteil oder das hat den Zweck, dass wir einerseits unser Inventar reduzieren können, weil in einer Kampagne dieses Produkt besonders gepusht wird, aber auch in Nicht-Kampagnenphasen das Produkt immer noch mit einem starken Rabatt an Attraktivität gewinnen soll, sodass dieses Slow-Seller-Charakteristikum für die Kunden nicht mehr so stark ins Gewicht fällt. Wenn wir uns andere Produkte anschauen, zum Beispiel rechts daneben, ein Produkt, was eine eher geringere Marge hat, ansonsten aber auch ein hohes Stocklevel hat, eine durchschnittliche Nachfrage von Kunden, dann empfehlen wir hier eher etwas anders vorzugehen, und zwar einen vielleicht etwas größeren Standard-Rabatt auf die Produkte zu geben, die sicherlich immer noch die Marge nicht überschreiten sollten, sodass ich also immer noch eine kleine Restmarge habe und dann in einer zum Beispiel Kampagne das Thema oder einen Extra-Rabatt hier nochmal oben drauf zu legen, der vielleicht nicht so hoch ist wie bei den Top-Sellern, der aber zusätzlich dazu führt, dass diese Produkte auch mit abverkauft werden und dabei trotzdem eine kleine Marge noch sichergestellt werden kann. Das dritte Produkt hier auch einmal dargestellt, wieder eine hohe Marge. Ich habe hier allerdings nur ein durchschnittliches Inventar noch, eine durchschnittliche Nachfrage. Da würden wir dazu raten, eher auch mit einem kleinen Extra-Rabatt vorzugehen, aber keinen Standard-Rabatt zu geben. Das heißt, dieses Produkt, das erzeugt eine hohe Marge und da möchte ich in einer zum Beispiel Kampagne diese Marge möglichst stark mitnehmen. Das heißt, nur mit einem kleinen Extra-Rabatt hier das Produkt noch attraktiver für die Kunden gestalten. Ganz spannend wird es dann auf der rechten Seite, wo ich ein Produkt habe, was als Top-Seller gilt, was sich also eh gut verkauft und wo ich eigentlich gar nicht viel mit Promotions nachhelfen muss. Das heißt, diese Produkte würden wir gar nicht rabattieren, nicht in einer Standardphase, aber auch nicht in einer Kampagne, weil wir davon ausgehen, dass die Produkte eh mitziehen und durch eine Kampagne zum Beispiel mitverkauft werden. Wenn man das einmal zusammenfasst, nochmal diesen Vergleich unserer Strategie, der produktbezogenen Preise gegenüberlegt, was ist der Unterschied mit der produktbezogenen Promotion-Strategie, können wir den Fokus ganz klar auf die Slow-Seller legen, nämlich hier die Umsätze der Slow-Seller stark erhöhen, indem wir hier mit Rabatten arbeiten. Und gleichzeitig aber die Marge sicherstellen mit unseren Produkten, die sich als Top-Seller eher stärker verkaufen. Das führt dazu, dass ich insgesamt eine immer noch gleichbleibende oder sogar stärkere Marge halten kann. Während, wenn ich mit fixen Discounts arbeite, ich hier das Problem habe, dass ich eher die Top-Seller pushe, hier Rabatte drauf gebe, das heißt, die Margen dort gering oder sogar negativ sind und die Top-Seller eigentlich gar nicht unbedingt promoten muss und die Slow-Seller vielleicht weiterhin nur sich etwas stärker verkaufen, als sie es vorher getan hätten. Eine kleine Zusammenfassung dessen, was für Benefits haben wir, also einerseits das Thema der Umsätze. Ich kann stärkere Umsätze generieren mit diesen gezielten Promotions. Ich kann weiterhin die Margen zumindest sicherstellen, vielleicht sogar, haben wir in vielen Beispielen gesehen, erhöhen. Ich kann natürlich meine Stocklevel reduzieren und ich kann aber vor allem auch meine Conversions im Online-Shop drastisch erhöhen. Das steht dann im deutlichen Gegensatz zu den fixen Discounts und insofern ist das eine Strategie, die aus unserer Sicht sehr, sehr sinnvoll ist. Ein weiteres Thema hatte ich gerade schon angesprochen, haben wir schon gesehen, nämlich die Doppelstreichpreis-Strategie, also zweimal einen Preis zu rabattieren. Warum ist das sinnvoll? Das hat psychologische Gründe. Man sieht also, dass die Kundennachfrage bzw. die Conversions höher sind, wenn man einen Preis zweimal rabattiert, also einen Standardrabatt gibt und dann on top für eine Kampagne zum Beispiel nochmal einen Extrarabatt gibt und diesen nicht zusammenfasst in den gleichen monetären Rabatt mit aber nur einer Prozentzahl. Das Ganze gepaart mit einem Countdown ist noch viel effizienter, nämlich eine zum Beispiel Kampagne mit einem herunterlaufenden Countdown zu signalisieren und damit zu zeigen, dass dieser Rabatt nur noch für eine bestimmte Zeit vorhanden ist und danach wahrscheinlich wieder rausgenommen werden wird. Bleiben wir beim Thema Promotions. Das Thema Zeit, also Zeithorizont, ist auch ein wichtiger Punkt, den man sich anschauen sollte, nämlich die Frage, wann gebe ich überhaupt diese Rabatte? Wenn man sich hier einmal das Beispiel anguckt, einer zum Beispiel Osterkampagne, also auf Osterartikel, zum Beispiel im Dekobereich, dann sieht man, dass viele Händler einen Rabatt erst dann geben würden, wenn Ostern im Prinzip vorbei ist. Also zum Beispiel am Ostermontag einen Rabatt geben, der dann sehr hoch ist, um dann möglichst die Läger leer zu bekommen. Wir glauben nicht daran, dass das die sinnvollste Strategie ist, sondern die eben genannte Strategie schon frühzeitig anzufangen. Also schon in den Monaten zuvor anzufangen, die Slow-Seller mit Rabatten zu promoten und dafür eine höhere Nachfrage zu sorgen, als sie sonst vorhanden wäre und die Top-Seller nicht zu rabattieren, weil die sich eben ohnehin schon verkaufen würden. Und dadurch mit so einem Mix auch vorher schon die Nachfrage zu stärken beziehungsweise die Umsätze einfach zu erhöhen. Ein weiteres Thema im Bezug auf Promotions ist das Thema persönliche Discounts. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es sinnvoll ist, aus unserer Sicht, zum Beispiel Events wie Geburtstage oder eine bestimmte Zeitdauer nach einem ersten Kauf zu nutzen und gezielte Promotions, zum Beispiel Voucher, per E-Mail rauszuschicken. Wozu führt das? Auch das wieder psychologisch ein Trigger, der bei Kunden dazu führt, dass sie sich persönlich angesprochen fühlen, dass sie verstehen, warum sie einen Voucher bekommen haben und dadurch eher dazu neigen zu kaufen, während sie sonst vielleicht davon ausgehen würden, jeder Kunde, der auf diese Webseite kommt, bekommt die 10 Prozent, bekommt die 10, 20 Prozent. Von dem Thema Promotions gehen wir auf das zweite Thema, nämlich auf das Thema der Versandkosten. Versandkosten sowohl zum Kunden hin, als auch vom Kunden wieder zurück, als Returnkosten. Das Thema ist eins, was gerade in Deutschland in den letzten Jahren eher dazu geführt hat, dass Versandkostenfreie Lieferung der Standard war. Gleichzeitig ist relativ offensichtlich, dass Versandkosten dazu führen können, dass die Topline-Umsätze natürlich höher ausfallen würden, wenn Versandkosten anfallen und gleichzeitig auch die Margen stärker wären. Das heißt, es ist durchaus ein Thema, was man sich angucken kann, bisher aber nicht so stark getan wurde, weil einfach relativ klar deutlich ist, dass die Kunden, wenn Versandkosten zumindest über einen bestimmten Wert vorhanden sind, eher abspringen, von einem Kaufabstand nehmen oder zu einem anderen Shop dann sogar wechseln würden. Die Frage ist also, wie gestalte ich die Versandkosten so, wie definiere ich die Höhe so, dass sie immer noch zu einer hohen Nachfrage und damit mehr Umsatz führen bei meinen Kunden. Da glauben wir daran, dass vier Schritte sinnvoll sind. Zum einen, dass ich meine Kunden sehr, sehr genau verstehen muss. Das heißt, ich muss genau verstehen, wo ist die Sensitivität bei meinen Kunden vorhanden, also auf welchem Level an Versandkosten springen die Kunden ab. Gleichzeitig aber auch intern zu verstehen, welche Versandkosten bringen für mich denn überhaupt einen wie auch immer zu definierenden Mehrwert, sodass ich da die richtige Balance finde. Im Zweiten muss ich mir natürlich den Markt anschauen, das heißt auch verstehen in meinem Markt, wie arbeiten die Wettbewerber. Haben andere Wettbewerber Versandkosten für Hin- oder Rücksendung? Bin ich der Einzige oder der Erste im Markt? Sollte ich da mich vielleicht auch an die Wettbewerber anpassen? Das dritte Thema der eigenen Strategie, auch da ist es natürlich sinnvoll, vorher erst mal zu definieren, bin ich gerade auf Umsatzsteigerung, auf Wachstum aus, wo vielleicht Versandkosten dann gar nicht so ein Thema sein sollten, oder bin ich wirklich auf Profitabilität aus, wo dann Versandkosten einen großen Faktor darstellen können. Ja und im letzten Schritt wichtig, das Thema zu monitoren. Also wenn ich über Versandkosten nachdenke, da einfach sehr agil zu sein, sehr flexibel zu sein, auch nochmal Versandkosten anzupassen, wenn sich herausstellt, dass der Effekt nicht so ist, wie vorher gedacht. Wie können Versandkosten aussehen? Ich habe gerade schon gesagt, natürlich kann man einfach fixe Versandkosten oder Rücksendekosten auf jede Bestellung definieren. Wir glauben auch da nicht daran, dass das der einfache, richtige Weg ist, sondern dass man etwas komplexer vorgehen muss. Zum einen kann man auf die Kundendimensionen gehen, also Kunden clustern und definieren, welches zum Beispiel meine sehr wertvollen Kunden sind, die typischerweise Ruhemargen generieren, die als VIP-Kunden definieren und diese Versandkosten frei bestellen lassen, während andere Kunden vielleicht in ein anderes Segment fallen und deswegen Versandkosten zahlen sollten. Wir glauben, dass das ein wichtiger Schritt ist, der aber gepaart werden muss mit einem weiteren Schritt, nämlich der Fragestellung, wie ich einen bestimmten Wert, ein Threshold festlege, über dem die Versandkosten dann vielleicht wieder gratis sind und unter diesem Threshold die Versandkosten anfallen, sodass ich auch andere Kunden dann diesen Kunden die Möglichkeit gebe, Versandkosten frei zu bestellen. Und exakt die gleiche Logik gilt natürlich auch für die Rücksendung. Das heißt auch da zu schauen, wenn ein Rücksendewert beziehungsweise der verbleibende Wert unter einem bestimmten Bereich, unter einem bestimmten Threshold fällt, Versandkosten hier zu erheben. Das Thema Versandkosten kurz zusammengefasst. Wenn man darüber nachdenkt, Versandkosten zu implementieren, glauben wir daran, dass es sehr wichtig ist, das Thema zu testen, gerade wenn man selber noch keine Erfahrung als Online-Shop damit hatte in jüngerer Vergangenheit, sich zum Beispiel kleinere Märkte rauszunehmen, dort zu probieren, wie wirken sich Versandkosten auf die Kunden, auf das Kundenverhalten aus. Dann das Ganze natürlich im Marktumfeld zu beobachten, also wozu führt die Einführung bei anderen Wettbewerbern zum Beispiel, was machen andere Wettbewerber. Dann aber auch intern sehr genau das Ganze vorzubereiten, zu gucken, wo kommuniziere ich Versandkosten in meinem Online-Shop, damit nicht der Kunde verwirrt wird, weil irgendwo Versandkosten frei steht, im Warenkorb plötzlich aber Versandkosten auftauchen, was natürlich eher zu einer negativen Stimmung beim Kunden führen könnte. Und dann final, wie eben schon gesagt, das Ganze agil zu betrachten, also flexibel zu bleiben und auch bereit zu sein, Versandkosten nochmal anzupassen oder diese Thresholds anzupassen, wenn man einfach merkt, dass der Effekt nicht so ist, wie vorher geplant oder gewünscht. Das letzte Thema heute, das Thema der Marketingkosten, auch da natürlich die Fragestellung, wie verteile ich meine Marketingkosten effizient und richtig, damit ich mit meinen vorhandenen Budgets einfach effizienter umgehen kann. Wir denken über das Thema in einem sogenannten Marketing-Steering-Playbook nach. Das besteht aus vier Elementen, durch die ich jetzt einmal durchgehen würde und die letztlich Stellschrauben abbilden, das Thema der Marketingkosten oder Budgetverteilung effizienter zu gestalten. Angefangen oben links mit dem Thema Attributionsmodell. Was bedeutet Attributionsmodell? Letztlich geht es darum, dass ich mir eine Kundenbestellung angucke und diese Kundenbestellung in seinem Umsatz dann verteile auf die verschiedenen Touchpoints, die ein Kunde über die Zeitdauer hatte. Das heißt, ein Kunde klickt auf einen Newsletter-Link, klickt vielleicht auf eine Instagram-Anzeige oder eine Google-Ad und ich möchte wissen, welchen Anteil hatten diese verschiedenen Touchpoints am Gesamtumsatz. Da gibt es verschiedene Ansätze, angefangen von eher einfachen, wie zum Beispiel Last Click, wo ich einfach nur den letzten Touchpoint als vollen Umsatztreiber definiere. Wir glauben da an ein Rule-Based-Modell, also ein regelbasiertes Modell, wo ich vorher gezielt als Online-Shop Regeln für mich festlegen kann, die dann definieren, wonach ein bestimmter Touchpoint welchen Anteil bekommen soll. Das kann so etwas sein wie, wie lange, wie viel Zeit verbringt ein Kunde nach einem Klick zum Beispiel auf einen Newsletter in meinem Online-Shop oder welche Events führt er oder sie aus. Das zweite Thema in Bezug auf das Marketing Steering Playbook ist das Thema der CAA oder ROI Limits. Was bedeutet das? Wir glauben daran, dass man sich einen Kunden über eine gesamte Zeitdauer anschauen muss, also über die Customer Lifetime definieren muss, welchen Wert wird mir ein Kunde über seine oder ihre Lebensdauer im Prinzip in meinem Online-Shop generieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, dass ich bereit bin, eher mehr Geld in einen Neukunden zu investieren, auch wenn ich mit diesem Neukunden mit der ersten Bestellung noch gar keinen Profit mache, weil ich aber daran glaube, dass dieser Kunde, wenn es das richtige Segment zum Beispiel ist, über die Zeit einfach mehr Umsätze und auch höhere Gewinne generieren wird, sodass ich später mit weniger Kosten reingehen muss und über die Gesamtbetrachtung dann letztlich einen profitablen Kunde für mich habe. Das dritte Thema hier ist das Thema Adjusted Order Value oder auch Adjusted Revenue, was letztlich bedeutet, dass ich für mich als Unternehmen definieren kann, einen gesamten Umsatz anders auf Kundensegmente zu verteilen. Ich kann also sagen, dass bestimmte Kundensegmente für mich wertvoller sind, weil ich für mich definiert habe, dass das eine bestimmte Zielgruppe ist, weil ich weiß, dass diese Kundengruppen für mich eher höhere Margen generieren und ich deswegen hierauf den Fokus setzen möchte. Was wir dazu machen, ist den Gesamtumsatz zum Beispiel dann entsprechend anzupassen und zu verteilen auf eher diese höherwertigen Kundengruppen für uns und entsprechend sicherzustellen, dass der Gesamtumsatz natürlich in der Verteilung gleich bleibt oder in seinem Wert gleich bleibt, die Verteilung sich aber unterscheidet. Diese drei Themen natürlich gepaart mit kurzfristigen Zielen, die wichtig sind, zu betrachten. Das heißt nicht nur, diese Themen als Projekte zu sehen, die man jetzt für ein Jahr implementiert und sich dann mal anschaut, sondern sehr kurzfristig schon überlegt, welchen Nutzen kann man sehr kurzfristig nach wenigen Wochen oder Monaten hier rausziehen, die schon die Profitabilität steigern würden. Um die drei Themen jetzt noch einmal zusammenzufassen, wir haben eingangs über das Thema Promotions gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass aus unserer Sicht produktbezogene Promotions sehr sinnvoll sind und man sich das Thema natürlich sehr gut anschauen muss und auch definieren muss, wie man diese Promotions festlegt für den eigenen Online-Shop. Wir haben uns angeschaut, dass das Thema Versandkosten ein Thema sein kann, was Profitabilität steigern kann, aber auch hier, dass kein ganz einfacher Prozess ist, sondern auch hier man mit komplexeren Modellen wahrscheinlich an der richtigen Stelle ansetzt. Und im dritten haben wir uns das Thema Marketingkosten angeschaut und verschiedene Ansätze gezeigt, wie man die Marketingkosten gut oder besser verteilen kann, beziehungsweise die Budgets noch besser zuordnen kann. Abschließend möchte ich jetzt noch einmal kurz auf das Thema Scale eingehen. Ich hatte eingangs schon erwähnt, Scale ist die B2B-Lösung von About You. Wir bauen letztlich Online-Shops für andere E-Commerce-Unternehmen. Wir tun das nicht nur im Fashion-Bereich wie About You selber, sondern letztlich für alle E-Commerce-Unternehmen, durch alle Sektoren hin. Und wir tun das typischerweise für die größeren Kunden, also Kunden, die über ungefähr 100 Millionen Umsatz haben und glauben daran, dass das besonders effizient ist mit unserer Lösung. Das heißt, auch Effekte, die wir jetzt hier heute uns angeschaut haben, die vielleicht nur wenige Prozent ausmachen, natürlich bei sehr großem Umsatzvolumen hier einen sehr großen Effekt am Ende haben können. Wie sind wir aufgestellt? Wir sind im Prinzip in zwei Bereiche strukturiert. Das eine ist der Tech-Bereich, also die Teams, die wirklich die Shops aufbauen, die die Shops definieren, eng mit den Kunden zusammenarbeiten und hier schauen, wie eine sehr zugeschnittene Lösung entwickelt werden kann. Da hat sich über die letzten Jahre unser Scale-System sehr weiterentwickelt, sodass wir sehr modular aufgestellt sind und sehr flexibel auf Kundenwünsche eingehen können. Gepaart ist das Ganze mit dem Business-Services-Bereich, wo Themen wie Commerce-Management oder digitales Marketing reinfallen, wo wir optional anbieten bestehenden Tech-Kunden, hier weiterzuhelfen, die zu unterstützen, bei zum Beispiel Themen wie eben schon gezeigt im Attributionsmodell, hier einfach beratend zur Seite zu stehen oder auch Aufgaben zu übernehmen mit den Erfahrungen, die wir von About You und von unseren anderen Kunden haben. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation angekommen. Wenn euch weitere Informationen hier interessieren, schaut gerne bei uns online vorbei auf scale.com, kontaktiert uns gerne bei Fragen, bei Wünschen stehen wir gerne zur Verfügung und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020